Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Wir nehmen uns heute mal den ausgefallenen vor und schauen wir, ob es irgendeinen Skin gibt, mit dem der ganz gut aussieht. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, schauen wir mal in den heutigen Itemshop rein, haben wir diesen ausgefallen und jetzt gucken wir doch einfach mal, finden wir dazu irgendetwas, wo wir sagen, okay, cool, damit macht das Ding hier wirklich Sinn. Das passt. Oh mein, das ist schon ein Sonnenfusschen. Rote Ritterin ist ja heute im Shop. Schwarzer Ritter. 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 Und da sieht es aber nicht ganz gut aus, ne? Ich bin jetzt sicher halt mit... Also ich bin der Meinung, da brauchst du wirklich hier so weibliche Skins dafür. Das soll jetzt nicht heißen, dass der hier weiblich ist, weil ich jetzt auch so in jedem Fall gewählt habe. Aber ja, vielleicht sieht es bei dem wenigstens ganz gut aus. Ich weiß es nicht. Wie ist denn eigentlich hier mit dem aus? So ein Lama. Wie ist denn das? So ein Box da. Wie ist denn das? Schwer, 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 schwer. Ich bin mit ihm. Boah. Vielleicht sie. Wie. So ein Box. Sieht irgendwie alles so aus, als wüsste ich aufs Klo. Keine Ahnung. Wir wissen nicht wohin mit ihren Armen. Ja, mein persönliches. Fazit, tut mir leid, ich mach jetzt gar nicht alle durch, mein persönliches Fazit, das ist ein Emote, der passt tatsächlich am besten zu den Mädels. Wo es mir ganz gut gefallen hat, war hier unsere Blühweinagentin und es war hier Düsternis. Da muss ich echt sagen, fand ich auch, ja gut, auch hier unten mit dem Strampler fand ich Spaß jetzt gar nicht so schlecht gewesen, auch hier oben unsere Funkel-Spezialistin hat mich ein bisschen überzeugt, also für alle Leute, ja bei der Funkel-Spezialistin jetzt noch nicht so wirklich, aber hier bei der Glühweinagentin finde ich, wie geht's? Ja, da ist jetzt kein, kein Skin dabei, wo ich sage, da überzeugt mich unser Emote wirklich, wo ich sage, wow, das sieht so gut aus. Ja, vielleicht findet ihr da irgendwie was, wo ihr sagt, wow, das ist doch voll schön geil. Wenn ihr irgendein Skin findet, wo ihr sagt, wow, guck mal, damit sieht die sehr aus, die richtig cool aus, dann schreibt mir das mal in die Kommentare, wenn es sich interessieren. Ja, und dann sehen wir uns gleich das nächste Mal wieder bei einem neuen Video. Ich wünsche mich natürlich riesig, ich würde freuen, wenn ihr das an der Menschheit. Ja, haut rein, macht's, bis dann und tschüss. Huhr! JA, haut rein! W murder Herr, geh da weib aus. davon Ja, da종 Elba